wir machen jetzt weiter aber nicht zu lange denn es regnet sehr sehr schlimm sehr stark sehr heftig und darum gibt es jetzt eine kleine runde viel spaß weiter geht's mit eldenringen regnet ohne ende so ja das letzte mal sind wir noch bis hierher gekommen in der wellenschliff im drachengebiet und immer schauen ob wir irgendwie hier da hinkommen darunter irgendwie zu diesem zu dieser potfigur okay gut 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, dann galoppieren wir nochmal ein bisschen. Ja, wir müssen schon irgendwie hier... Oh, was ist denn da? Was ist denn da? Da sind noch ein paar andere Sachen. Hm. Irgendwie hier... Dann sieh mal an. Haben wir das auf der Karte hier? Nein, das haben wir noch nicht auf der Karte. Ich freue mich die ganze Zeit, wie wir runterkommen. Vielleicht da hinten. Schade, dass es hier keinen Wind gibt. Ah, okay. Ah, okay. Dann wieder eine Gnade. Sieht aus wie ein Bär. Sieht aus wie ein Bär. Hier geht es aber nur hoch. Wie komme ich denn hier runter? Das soll irgendwie gehen. Ah, Magie können wir gebrauchen. Magie können wir gebrauchen. Oh, selbst der ist zu stark hier. Nein, bleib dran, bleib dran. Ah, bleib dran. Nicht abhauen. Oh, das mit dem Pferd, ey. Ja, jetzt ist er weg. Ah, die Steuerung ist nicht so gut. Ich muss doch hier irgendwie mal runterkommen. Vielleicht bringe ich da rüber. Hey, ich grüße dich. Willkommen. Heute eine ganz kurze Runde. So, das war es schon wieder. Danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nein, ein bisschen machen wir noch, aber dann ist Schluss. Wie geht's? Ich probiere das jetzt einfach mal. Kann ja nur sterben. Oh, wow. Das hat geklappt. Aha, hier gibt's echt viel extra Zeug. Das Talle, Durchgänge, irgendwelche... Ach, das sind diese Würmer. Moment, ist das an dem See? Warte mal. Oh, das ist hier. Aber das ist viel, viel tiefer. Ah, ja, ja. Und dann hier gehen wir lang. Und dann bis hierhin. Soll das so sein, dass wir immer so hin und her springen? Gibt's da echt keinen anderen Weg? Ich meine, hier unten ist dann ein Gnadenfeuer. Da haben wir es wieder gut, aber so... Ja. Ich habe gerade erst eine Benachrichtigung bekommen, dass du live bist. Dann kannst du doch nicht schon wieder aufgehen. Doch, kann ich machen. Ganz schnell. So. Ne, um 12 ist aber diesmal Schluss. Hm, 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 hm. Wah. So. Ja. Okay. Oh, nein. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, zum ersten Mal die Figur aus dem Speicherbildschirm. Äh. Äh. Oh, wow. Okay. Kommen wir ja nicht näher. Habe ich so eine blasse Hautfarbe genommen? Sieht ja aus wie tot. Nein. Oh, shit. Wow. Okay. Oh, 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 oh. Holy shit, ey. Ja, ich wusste ja, die... ...Piecher sind... ...extrem. So, hoffentlich verbrenne ich mir gleich nicht wieder einen Finger am Rötchen wie beim ersten. Oh, also ich verbrannte. Oh. Hast du gesagt? Ja, da greife ich mal zu. Ist nicht so heiß. Und dann... Ja, das kann schnell passieren. Sieht nach Boss aus. Vorsicht, ja, mach recht. Boah, okay. Ah ja, Brötchen, Toastbrot. Okay. Hier gehen die also schon los, die Dinger. Ah, interessant. Mal, hier kann ich rüber. Und hier geht's rein. Ah, interessant. Da runter. Oh, ich kann das Pferd hier nicht nutzen, nicht wahr? Ja, okay. Okay, wir nehmen mal die Facke. Ja, das ist gut. Ey, super. Und unter Gnade. Verlassene Höhle. Na, ob die so verlassen ist? Klingt nicht so für mich. Ja, hab sogar eine kleine Brandblase. Oh, oh, dann war es aber richtig heiß. Na, es ist halt Käsebrötchen. Was erwartest du? Ah, Käsebrötchen. Ey, komm. Ein gutes Käsebrötchen. Was haben wir denn hier? Achso. Oh, wow. Okay. Ja, wir springen mal runter. Oh, Hex. No, das ist dieser. Oh, nein. Pferd? Mein Pferd? Nein, das wollte ich gar nicht nehmen. Scheiße. Oh, wenn ich mich verdrücke. Das ist echt schlimm. Ja, ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Oh Gott, jetzt habe ich mich noch gerollt. Gut, mein Leben ist vorbei. Ja, ich bin tot. Okay, haben wir das auch mal gesehen? Sehr schön. Na gut. Okay. Ich denke, die würden nicht so verlassen sein, wie sie heißt. Ja. Das kann man definitiv vermuten. Ah, mit Hackepäder. Achso. Was war los? Die Scharlachfeule hat mich angegriffen. Und ich habe diese dieses Gefäß genommen. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich da ganz schnell springen, oder? Kannst du ein bisschen schneller gehen? Spring! Spring, Mann! Oh, nach vorn. Oh, hier ist auch so eine Figur. Oh. Ionischer Schmetterling. Okay, ich glaube, hier Ja, ich bin eh gleich wieder tot. Ja. Okay, also hier brauchen wir eine gewisse Resistenz. Weil wir das Pferd nicht benutzen können. Okay, interessant. Boom. Großes Gebiet. Definitiv. Oh, sorry. Ich habe die zweite Hälfte vom Toaster genommen. Dass du plötzlich geflucht hast. Ha. Ja. 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 Du bist gleich tot, ja. Das geht hier ganz schnell. Ah, okay. Na gut, das ist natürlich sehr, sehr hart. Ah, die Flasche ist wieder da. Wie kann das sein? Also jetzt bloß, weil ich gestorben bin. Ich gehe jetzt mal an dieser Abscheulichen Figur hier weiter rennen. Ah, die wird aktiviert. Oh, wow. Hier liegt dieser Hund. Naja, weg. Die kommt, die kommt. Wow, wow, wow. Ja, also da stirbt man definitiv. 1.959 Schadenspunkte. Und du kannst nichts mehr machen. Letzte Ort der Gnade. Ja. 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 Wow, 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 nein! Oh, du! Mann, Pferd! Viel zu rutschig. Okay, ein anderer Weg. Okay, das geht auch so. Na, 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 Vorsicht! Haha. So, wie sieht das hier aus? Weg, weg, weg! Was ist doch das? Ja. Oh Gott, hier ist noch so ein Hund. Aber wie komme ich denn dazwischen hin? Ja, hier ist schon wieder Schluss. Aber ich muss irgendwie ja runter. Also, ich muss da rüber und dann hier durch. Sieht so aus. Oh, hier ist jemand. Erhaben, ich sage es euch. Die allererste Blume Äonias erblühte genau hier. Malenia wird hier zu einer Göttin erblühen. Schon ziemlich groß hier. Wow, das war knapp. Die Bied ist hier schon irgendwie anders. Also. Warte mal, war ich da schon? Ist das aktiv? Mann, bin ich satt. Nein, ist nicht aktiv. Ah, okay. Super. Verlorene Gnade entdeckt. Natürlich ist da jemand garantiert eine Person. Die wirst immer du sein. Haha. Ja. Ich bin ja da. Oh, was ist das hier? Ey. Moment, ich bin hier jetzt. Ach, cool. Adelaugeteleskop benutzen. Ja, zeig mal her. Adelaugeteleskope benutzt in allen Gebieten das Adelaugeteleskop, um wie ein Vogel in die Ferne zu blicken und euch ein besseres Bild von eurem Ziel zu erschaffen. Äh, verschaffen. Heranzoomen und wegzoomen. Okay. Oh, okay. Dann gucken wir mal. Da ist wieder so ein Gesicht. Nett. Wir müssen aber sozusagen dahin. Also hier rein dann. Ja. Die Frage ist natürlich, das Fernglas, was wir kaufen können, zoomt das genauso? Da ist der Händler, da ist das Lagerfeuer. Na gut. Ja, so eine Hütte. Ja, so eine Hütte. Ah, schön. Ja, okay. Jetzt geht's wieder ein bisschen besser. So. Müssen wir aufpassen. Okay, das haben wir aktiviert. Ich habe da heute einen interessanten Artikel gelesen. Oha. Was hast du denn gelesen? Oha. War der gut geschrieben. Oha. 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 Ja, ich komme gern vorbei. Wunder dich bitte nicht, wenn sich die Karte verändert, dann hast du nur ein Update geholt. Hast du ein Update rausgekommen? Ah, die Karte hat sich verändert. Ach so, das war das. Du hast nichts für mich. Ach nicht. Oh, da hinten sind die Gegner. Da. Hallo. Gut, hier geht es wieder ein Stück runter. Wenn wir dann mal wieder an den anderen Strand kommen, oh, dann werde ich auch dort das Rätsel lösen. So wie wir es hier gemacht haben. Das ist aber, glaube ich, diesmal eine silberne Spur. Oh, was haben wir hier? Was? Ey, was ist denn das hier? Das ist wieder angeblitzt hier. Okay, wow, oh, das kommt diesmal von da. Ich dachte von oben. Warte mal, hier ist der Kopf, das heißt. Geht es hier rein jetzt? Ja, das ist der Gang. Okay, cool. Oh, shit, 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 shit. Wow. Oh ja, hier ist ultra gefährlich. Oh no, 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 was ist das? Doch, ich glaube, hier war ich schon mal. Hm. Okay. Ah, hier sind noch diese Timmelsteinglühwürmchen. Nehmen wir alle mit. Wie, das nimmt gar kein Schaden, das Ding? Oh, jetzt sehe ich das. Hat sogar ein Gesicht. Mehrere Gesichter. Oh, okay. Okay, verstehe. Warte mal, dann können wir ja mal hier. Achso, ich habe ja das Ding drauf. Abrollen. Zurück, zurück. Vorsicht, Vorsicht, wir haben es gleich. Okay. Hat uns das was gebracht? Hm. Hat ja gar nichts übrig gelassen. Hm. Okay, das heißt, hier ist Schluss. Ich kann also... Warte mal, dann kann ich ja, wenn ich hier oben bin, gucken, ob ich hier runter kann. Oder beim Baum. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Okay, also hier ist auf jeden Fall dann zu. Okay, wie müssen wir denn gehen? Alte Fingerlaserin. Wo ist sie denn? Hier? Ja, hier. Das ist ja. Ich kann nichtわかkommen. Ich kann sie lesbünen. Ihre Fingern. Bitte, Ihre Fingern. Oh, bless you! Are you one for festivals? Or flowers? To the south. A grand festival to make the stars turn. To the east. Ja, mit Updates kommen Veränderungen an der Karte. Sind ausgebessert. Okay. Sind aber nichts von einem aktuellen, okay. Hm, vielleicht wegen Orientierung oder so. Mhm. Drei Arme. Ist da auch wieder so ein Hund oder ein Rabe? Ist ein Rabe. Ist ein Rabe. Naja. Ja. Ruinen von Kalem. Okay. Uh oh. Feuergegner. Wah! Shit! Oh nein. So ein Feuerkopf. Oh nein. Gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang? Genau. Bringt euch selber um. Ah, hier. Ja, das nehme ich mit. Weiterer Speicherpunkt. Gut. Manche Orte sind schon ähnlich. Ah, hier gibt es was. Feuer fett mit Kordel. Ah, nice. Oh Gott. Geweck, geweck, geweck. oh ok bringen sie sich selbst um alles klar oder ist wieder ein großer großer schädel da sind wieder welche die rumlaufen rote augen nicht gut ok ich muss in die richtung schön weiter essen nein boah das ist sowas von unfair boah bist du hässlich ach mist naja schmeckt es noch so 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 Ah, die sind sehr sehr aufmerksam. Vielen Dank. Ein Großschwert haben wir bekommen, okay. Ich bin mal hier, wo war ich? Okay. Ah, hier sitzt wieder jemand. Ganz gemütlich. Ah, es sieht mich viel aus. Okay. Die Frage ist, kommen wir überhaupt lang? Nein, nein. Nein, nein, nein. Dunkelgeschmiedestein. Vier. Oh, das ist gut. Ah, vielleicht so außenrum. Okay. 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 Ah, hier ist wieder diese Figur. Okay. 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 doing. Hier. Ach. Die Viecher sind das. Oh. Oh, no. Verdammt, ey. Und es ist mit einem Zeigefinger weniger. ist mit prin gently schrauben, steht es gut tausend, ich habe nie das ja. Weniger, ja. Ja. Andere Gewöhnung. Das stimmt, ja. Nehme gerade stattdessen den Mittelfinger. Okay, gut, ja. Oh, was haben wir hier? Was habe ich hier? Ach, das ist die Figur. Ja, ja, okay, verstehe. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal hier hin. Ich muss mal gucken, ob wir von der Seite besser kommen. Noch mal so eine zweite Sprungebewerfe. Das pferd ganz gut. Ja, stimmt. Schwierende Kirche, ja, ja. Oha. So, jetzt müssen wir aber mal hier raus. Ist das der Weg hier? So, bin mal in meinem Raum. Bis gleich. Ja, ja, bis gleich. Ah, ah, ah. Wow, hier kommen sie wieder alle mit ihren Speeren. Niedere Erdenbaum. Okay, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Weg. Oh mein Gott, ey. Überall diese stinkenden Avatare. Oh, ich komme ja immer noch nicht darüber. Wie komme ich denn da hin? Der Bogenschütze wartet hier. Hier muss man doch lang kommen können. Okay, hier ist dann Schluss. Na gut. Nur 62 Schaden. Das ist ja ein Witz. Kann ich es gar nicht probieren. Ah. Ah. So, das aktivieren wir gleich mal. Gut. Haben wir das. Neuer Speicherpunkt. Vielleicht irgendwie hier hin oder so. Heranwachsender Schmetterling. Okay. Es foult. Es foult mit Scharlach. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Hier ist noch was. Bitte der Fäulnis. Fahrende Bulli. Wo kommst du plötzlich her? Ich habe mich doch gerade umgedreht gehabt. Da war nichts. Okay. Ja, das ist immer noch sehr robust. Die Graben sind schon echt mies. Ich frage. Was ist die Frage? Komm zurück. Nimm Platz. Hm. Hm, hm, hm. Okay. Wir haben ja gesehen, wie bei dem anderen, was das für Wege waren, um da hinzukommen. Oh, was ist das hier? Zack, 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 hier durch. Oh oh. Naja, du zeigst hier runter, aber da muss da unten drunter noch was anderes sein. Böde. Wahrscheinlich die Welt wieder unter der Welt mit noch einer Welt. Warum gibt's hier nichts zum Runterspringen? Ah, dieser Pfeiltyp. Oh. Ja. Die haben die ganz gute Reichweite. Ja. Wo wieder eine Welt drunter ist, unter der noch eine ist. Und so weiter. Ja. Mehrere Welten in einer, das stimmt. Aber es muss doch irgendwo einen Weg runter geben. Das einzige, was natürlich noch sein könnte, ist, dass dort mit dieser Schallachfäule, dass wir erst eine sehr starke Resistenz brauchen, um dort durchzugehen. Und dann kommen wir dort bei diesem T-Pot raus. Das wäre noch eine Variante, aber... Müsste doch eigentlich gehen, irgendwie. Oh, das ist irgendwo weiter hinten. Ah. Ah. So, wiedersehen. das ist ein teepot ja wie so ein teepot ist das gemacht wie so ein pot aufpassen fängt er an das noch schnell mitnehmen ey warum kann ich mein zeug nicht mitnehmen dann fängt er an zu schießen nimm mit so so müssen wir das so machen oder na jetzt okay gut hat geklappt ging ein bisschen in der luft da muss es doch so einen weg geben hier von da hinten nur am schießen ey und dann hier unten lang da innen ist so ein haus hier gibt es bestimmt irgendwie einen geheimen weg oder so wow okay okay jesus ey da unten ist auch eine gnade da muss man doch irgendwie hinkommen oh was haben wir hier da kommen sie wieder alle aus ihren räbern raus nimm das mit nimm das mit oh das pferd ey das pferd das pferd ja das ist gut ja das ist gut da unten hin das hier ein geschmolzener drache er ist speichert ja okay und dann da lang okay so oh jetzt bin ich wieder hier bei dir okay oh god oh god no ich hab zu viel scheiße ich komm nicht dahinten einfach mal ein bisschen vorrennen da wo ich jetzt die Essenz abliegen lassen ah guck mal an hier kann ich auch von hier von hier irgendwie starten aber kann ich nicht auch hier und dann hier hin lassen wir es jetzt mal probieren vielleicht ist es ja besser hm ich bin ich bin Ist das jetzt echt der Weg oder ist das wieder was anderes? Ach, hier ist wieder der Stopp! Wie kommt man, das ist doch wieder dieser, ja ja, das ist wieder der Weg. Oder gibt es da einen geheimen Durchgang? Genau, das ist wieder die Stelle hier. Wie komme ich denn da hier weiter? Das ist echt nicht gut. Ist hier irgendwas, ist hier ein Geheimgang oder so? Da oben ist noch irgendwas. Also hier ist direkt der Stopp. Was ist, wenn ich Hirn mache? Ja. Ich bin ja eben schnell durch und bis gleich. Ja, alles klar. Guck mal, wie ich da irgendwie besser hinkomme. Hm. Okay. Okay. Ah, Mann, ey. Ah, Mann, ey. Ich bin ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir gucken uns den Turm natürlich noch mal an. So viele Wege. 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 Also. I don't know. Welcher Weg soll es sein? Okay, mit dem Turm muss auch was anderes sein. Ich gehe jetzt mal hier hin. Nein, 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 nein. Wie er grinst. Hier vielleicht? Das kann ja nicht sein, oder? Das ist nicht der Weg. Nein, das ist nicht der Weg. Okay. Das ist nicht der Weg. Ach, warum kommt man denn da nicht hin? Was sind denn das immer für Wege? Hmm. hmm muss doch irgendwie eine möglichkeit haben herunter zu kommen gibt es da keine stein treppen oder keine wurzeln hier ist ein händler hey ohne gnade hüte des abgeschnittenen händen abgeschieben moment hat sich das schon aktiviert also ich wäre bloß noch nicht da dran gewesen ja genau stimmt das haben wir das letzte mal auch schon gesehen das besondere was du hier hast ist die bestien vertreibende fackel das ist das einzige was du besonderes drin hast ansonsten das ist alles samurai das habe ich auch selber an ja ok zurück in einem trocken warmen schlafanzug oh das ist auch gut ja schön gewärmt da schläfst du mal richtig gut wie komme ich denn da rüber das ding ist wenn ich hier hingehe ist hier dann schluss es muss irgendwo ok das ist definitiv zu hoch hier kommt es auch nicht rüber es muss irgendwo hier was sein wie kommt man da hin der Wurzel und dann auch so ein Stein Vorsprung, das wäre ganz hilfreich, aber es ist nichts da. Es ist nichts da. Okay, das ist die Richtung jetzt hier. Okay. Ich kann ja nirgendwo dranspringen. Ja, das ist dieser da unten zu dem Haus. Es muss was geben, weil da unten ist ja eine Gnade. Hier, ein Haus haben wir auch noch. Da ist es wieder sehr hoch. Naja, es kann schon mit dieser Scharlach-Sache zu tun haben. Ich glaube, dorthin war dieser Eingang. Dann sind wir ein bisschen hier reingegangen. Und ist das ein Ausgang? Es könnte schon sein, dass wir so überhaupt nicht da hinkommen, ohne diese Resistenz. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal weiß ich dann Bescheid. Da muss ich mal irgendwie nachlesen. Ah, okay, gut. Ah, haben wir doch jetzt Schaden bekommen. So ein Mist. Warte mal. Genau, hier ist dann zu. Warte mal. Was ist denn hier? Hier geht es zur Höhle, nicht wahr? Oder? Was war das hier? Genau, hier unten ist die Kugel. Genau, hier kann man sie ein bisschen sehen. Und dann kommt sie nicht weiter. Da ist ein Bär. Wie kommt man da hin? Von da oben runterfallen lassen, auf die Wurzel, dann sind wir glaube ich oder hier. Das ist die Höhle. Das ist die Höhle, ja genau. Also ich werde mal eine Erfahrung bringen. Ja, ja, das ist die Höhle. Ob wir da durch müssen, dann wird es auf jeden Fall später erst sein. Ja, der Sprung ist dort auch zu weit, ja. Genau, hier haben wir die Höhle. Ja. Ich denke mal, von oben sah das aus wie so ein Schatten. Und das ist bestimmt der Höhlenausgang. So, verlassen die Höhle. Und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwo hier raus. Warte mal, kann ich vielleicht was herstellen mit Resistenz? Äh, Objektherstellung. Ah. Das hier. Oh, Waffenüberzug. Verursacht Frost. Das ist auch gut. So, was können wir noch machen? Und dann irgendwas Resistenz-mäßiges. So, die Bomben. Was war das hier? Fallschaden und Geräusche. Naja, okay. Das ist auch ganz gut. Ja. Ja. Also. Hier werden wir ständig, äh, werben. Wow. Ja, entweder es geht da links rüber oder rechts rüber. Aber ohne diese Immunität kommen wir da nicht hin. Also ich denke mal, dass das die Verbindung ist. Es sei denn, es gibt noch irgendwie einen anderen Pfad zum Springen, den ich jetzt noch nicht entdeckt habe. Aber wie gesagt, das gucke ich mir an. Jetzt werden wir nochmal kurz woanders hin springen. Ja. 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 So lang gehst du. So was. Naja. Warte mal. Was ich nochmal kurz gucken kann, ist dieses... Ich habe ja diese, diese eine... Wann ist das? Diese Platte? Platte? Wow. Ich habe schon 38 davon. Oh, hier sieht man das, wie sich das entwickelt. Eins, zwei, drei, vier. Dann die Geiste. Eins, zwei, drei. Ja. Dunkelgeschmiedestein, fünf. Fünfzehn. Wahnsinn. Ja. Medaillon von Dektus, rechts. Kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug von Dektus zu benutzen. Ja. Das kann ich ja jetzt noch nicht. Äh, Medaillon von Dektus. ob ich das finde die rechte hälfte habe ich ja nur zufall lang gefunden genau das war oben auf diesem schloss bei diesem riesen aber wo ist die linke seite ich bin heute mit diesem blöden hut fertig geworden aber ist ein wenig zu klein geraten so aber fertig gut fehlt aber noch links ja das stimmt aber ich habe schon eine grobe idee was es damit auf sich haben könnte es ist wenn da am anderen ende der endbus wartet ja das werden wir schon rausfinden die müssen ja eh warten bis ich so weit bin von daher könnt ihr noch einen kaffee trinken genau das hatten wir schon mal gehabt dann sind wir hochgeklettert wo ich dann die neue fähigkeit hatte genau da drin war die rechte seite äh was ich brauche noch die linke seite soll das sein was wo soll denn das sein das ist so 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 Amen. Amen. So, Moment mal. Jetzt habe ich irgendwas mit einer Karte. Der Kopf der Puppe ist zu groß wie meiner. Ach so. Okay. Moment mal. Da ist so ein Baum. Hier gibt es viele Bäume. Der hier. Oh. Hier hinten soll das sein. Okay. Welche Nummer ist denn das? Nummer 3. Na dann. Machen wir uns mal auf zu Nummer 3. Gucken wir uns das mal an. Setzen das ein. Wenn es geht. Und dann ist Schluss. Ja. Gucken wir mal. So, dann sind wir wieder in Limgrave. Wir machen die Fackel aus. Denn es ist super Wetter. Hier. So, was habe ich gesagt. Die 3. Auf geht's. Mit der 3. Warte mal. Wie stark sind wir jetzt gegenüber dem Bär hier? Oh Gott. Ich kann damit nicht. Ah, okay. Ah, wir sind schon besser geworden. Das muss man schon sagen. Das ist ein super Gefühl. Aber bei dem noch nicht. Das ist der Runenbär. Der mittelgroße. Der ist noch eine Nummer zu krass für uns. Wo ist die 3? 3, 3, 3, 3. Ach, da. Aber der in der Höhle. Der ist noch viel, viel größer. Oh, shit. Da kommt er schon. Hase, hilf mir. Oh, was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Ist der noch hier oben? Der Dings hier? Ah, er ist nicht mehr da oben. Okay. Wer weiß, wohin gereist ist. Zweite Hälfte findest du eben was in einer Festung mit dir. Ja, ich weiß. Danke, danke. Wenn du dann sagst, ah, cool. Ich habe was gefunden. Ah, okay. Aber dann, wo ist der Rest? Oh, warte mal. Hier habe ich doch was glitzernd sehen. Ah. Ja, ha, ha. Die werden wir natürlich aktivieren. Und den Pilz nehmen wir uns mit. Gib mir den Pilz. Nein, ich scheine falsch zu liegen. Doch nach dem Aufzug scheinen einige starke Gegner zu werden. Ach, das ist doch super. Da sehen wir, wie die aussehen. Moment mal, wo muss ich jetzt hin? Hier. Hier. Also jetzt hier lang und hier hoch, oder wie? Nein. Warte mal, ist hier unten der Strand dann? Gut, wir wollen es nicht zu viel von nehmen. So. Mal gucken. Jetzt muss ja irgendwo... Oha. Ah, hier. Hallo. Ah, eine goldene Saat. Super. Oh, hell yeah. Moment mal, das heißt, ich muss ja hier... Oh, ja. Oh Gott, was ist denn das für einer? Oh, shit. Natürlich, erwischst du mich. Ne, weg. Oh, Hex, no. No, 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 no. Ach, ist das Vieh tot? Oh, das ist tot, okay. Ich bin auch gleich tot. Schnell, 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 schnell. Über dieses langsame Trinken, das ist eine Katastrophe. Du bist sehr böse. Muss ich denn jetzt hin hier? Au! Oh, das ist ein scheiß Ratten, ey. Holy hell, ey. Wer zum Geier ist das da oben? Ey, du Bombenknoll. Jesus, ey. No, 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 no. Ey, verdammte Scheiße. So, warte mal. Oh, die Gegner sind manchmal echt schlimm. So, du springst runter. Ich gehe hier hoch. Muss ich bloß die Kiste finden. Wo ist denn das Ding? Blutrose. Nein, nein, du bist mir noch zu stark. Na. Oh, der hat ein Blutschwert. Oh, shit. No. Äh, Leiter. Schnell, Leiter. Ey. Ja, dann kannst du nicht, oder? Oh, kannst du doch. Okay. Okay. Schaffen wir. So. Hier. Das muss es sein. Nimm. Jawohl. Linke Seite. Warte mal, ich muss das probieren. Ja, ich schieße natürlich in die falsche Richtung. War ja klar. Gehst du runter? Was machst denn du? Oh Gott, doch nicht so. Oh, nein. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Also an manchen Stellen ist das Spiel echt schlimm. Einfach schlimm. Da habe ich keine gesehen, aber den Text überflogen. Okay. Wie ist die Festung gerade nochmal? Festung Heid. Gut, und hier haben wir auch einen Reisepunkt. So, jetzt haben wir das. Und jetzt machen wir das noch, was ich gesagt habe. Weil hier ist ja noch das Gebiet zu. So, und wir reisen direkt dahin. Ist das nicht toll? Okay. Ich muss gerade an Persistence denken, wo der Gegner hinterher gekommen ist. Oh ja. Solltest du dir merken und nicht genauer umsehen. Wo ich jetzt gerade war bei der Burg. Ja, muss ich erinnern, mal zurück irgendwann. Wenn ich dann stärker bin, kann ich die auch schneller ausschalten. So, jetzt sind wir hier. Okay. Großer Aufzug. Medaillon heben. Aha. Okay. Oh, eine Cutscene. Nice. Ah, er hat es schon verbunden. Der Seelenstein. Okay. Ah. Ach, das ist der ganze Aufzug. Haha. Okay. Na, das ist natürlich was anderes. Ich dachte, der muss irgendwie von oben kommen oder von unten. Das ist der Aufzug. Der Bereich. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Und du verstehst, was ich da für einen Soundfarm winke? Ich habe mir vor ein paar Minuten drüber gesprochen. Oh, ach ja. Oh, kann ich aber jetzt immer benutzen, oder? Ach so, du hast die Hälfte da gefunden. Wo war ich da mit den Gedanken? Ja. So, ich will mal im Inventar schauen. Ach so, ist nicht zusammen. Bleibt einfach so. Okay. So, warte mal. Altus-Plateau. Okay. Aha. Oh, wow. Oh, das sieht aber sehr magiehaltig aus. Das sind irgendeine Säulen. Der Baum ist weiß und der Hintergrund ist so Gold. Hier sieht man so diese... Oder Banner können das sein. Elan ist weg. Ah, zum Glück wieder da. Ja, super. Okay, interessant. Sehr, sehr spannend. Wow. Gut, das wird jetzt ein bisschen trickreich. Kommen sie schon. Na, noch nicht. Vielleicht haben sie uns gar nicht gesehen. Okay. Oh, ja. Okay, hier sind ganz viele Ritter-Sachen. Boah, da hinten die Steine. Oh, was ist denn da? Da ist doch bestimmt ein Drache drin oder sowas. Oder? Den haben Mäuse. Das hier, habe ich das schon mal eingesammelt? Altusblüte. Nein, kann ja nicht sein. Ist ja nichts von einem Drachen. Könnte ich mir vorstellen. Bestienblut. Ah, okay. Okay. Oh, was ist das hier? Wieder ausgegraben. Okay, halt. Oh, hier ist was drin. Okay. Auf Seite 22 von 206. Oh Gott. Ja, die sind schon stark. Wow. Ah, hier ist wieder unser erster Boss, den wir im Spiel gesehen haben. Der kommt ja aus dieser Welt. Oh oh. Eine Art Totenbeschwörer. Ach du Scheiße. Oh Gott, was ist das? Sternenfallbestie? Nee, 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 nee. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, was? Oh shit. Ah! Oh oh. Du hast die beschworen. Bist du des Wahnsinns? Oh mein Gott, ey. Was ist das überhaupt? Kannst du gar nicht richtig sehen. Das ist wie so ein Käfer. Ey, ich bin hier nur zum Besuch. Oh, was? Sieht aus wie so ein Zangenkäfer. Du musst früher oder später in das Gebiet. Ja, das stimmt. Meistens später. Okay, interessant. Hm, okay. Gehen wir mal auf die andere Seite. Okay. Du wirst dazu aufgefordert. Echt? Ah. Oh. Oh, Mini-Format. Das ist ja auch witzig. Oh, sind das für Magier, oder? Ich komme gar nicht hier rüber. Ah, guck mal an. Ach, hier gibt es wieder ein Kartenteil. Warte mal, wo ist denn das genau? Genau an der Ecke. Oh, scheiße. Baumwächter. Zwei gleicht. Klein, aber nicht weniger gefährlich. Aber meistens macht der andere ja was, als der andere. Okay, warte mal. Der eine macht mit Feuer irgendwie. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh. Oh mein Gott, ey. Oh. Mit einem Schlag bist du weg. Ah. Okay, dann kann ich mal die goldene Saat verwenden. Ich glaube, wir haben wieder zwei. Wir brauchen ja, wie gesagt, immer zwei. Also ich weiß zwar von wo, aber nicht ab wann im Spiel. Ja, wird bestimmt mit einer Früchensequenz dann kommen. Ich will doch nur die Karte. Oh, jetzt bin ich wieder hier? Hä? Wie? Habe ich nicht dort eine... Habe ich nicht dort was aktiviert? Ach, das ist nur das. Okay. Ja, ich muss wieder hier hin. Oh, hier ist auch eins. Hat ein Ding. Los. Komm. Hm. So. Überspringen. Alles klar. Gute Sache. Hier habe ich mir aber anders vorgestellt. Findest du auch noch... Welche von den Saat... Achso, jetzt bin ich gar nicht da hingegangen. Ja, stimmt. Weil ich dachte, wir sind näher dran. Ja, ja. Überspringen. Ist aber auch keins in der Ecke, oder? Warte mal, ich kann ja auch hier rüber. Geht das hier so einfach? So, warte mal. Ich kann ja... Genau. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Scheint ja eher wie so ein Nebenweg zu sein. Fast blitzsichere Trockenleber. Okay. Okay, was ist denn das für gestalten? Oha, hier geht es wieder... ...mördermäßig runter. Oh, hier ist noch so ein Wagen. Gibt es hier bestimmt... ...tolles Zeug, was ich... ...vieleicht gar nicht gebrauchen kann. Mal sehen, ob wir das überleben. Ah, oh ja. Naja, gut. Oh Gott. Warte mal, die Seite oder die? Die hier geht auch. Okay. Was haben wir drin? Komm schon. Großschild-Talisman. Ja, ich habe zwei davon. Genau, das Schwert habe ich auch. Großschwert. Talisman. Ach, das Stirnband. Wo habe ich denn das eingesammelt? Talisman. Talisman. Hier, Nummer drei. Cool. Erhöht die Abwehrfähigkeit. Ja. Okay. Muss ich mal gucken, wo ist denn das jetzt hier? Okay, ist noch ein gutes Stück entfernt. Ist auch noch welche von den Sa... Oh, das ist gut. Sind wir hier noch? Blitzfett. Ist ja dann gut, wenn man Sachen auch selber wegdrücken kann. Sieht so aus wie ein großer Propeller. Aber ist ja beim ersten Mal einfach nur zur Info. Das finde ich gut. Oh, was war das? Krebs? Ja. Kurz mal testen. Ja, das macht fast nichts aus. Und ich bin schon tot. Wow. Ah, der hat auch rote Augen. Ja gut, dann machen wir das jetzt erstmal mit dieser Saat. Und dann rennen wir nochmal dahin. Ah. Bis in dem Sinne auch nicht so viel verpassen. Ich meine, gewisse Sachen kriegst du gar nicht mit. Weil es so viel gibt. Aber mal ein bisschen aussortieren. So, da können wir uns wie gesagt nochmal schnell verbessern. So, setzen wir uns mal hin. Flaschen war das. Ähm, pam, 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 pam. Da. Flaschen war das. War das. Anzahl der Flaschennutzungen. Ja. Eine Ladung der Flasche mit Popotret wurde hinzugefügt. Super. Bestärken kann man, glaube ich, nichts. Ah, Tränen haben wir nicht. Aber wenn ich bei allen Kirchen war, ist das doch... Na gut, ich werde bestimmt noch ein paar Kirchen finden. Ähm, okay. Oh, können wir nochmal mit der sprechen? Mach ich jetzt mal. Aha. Marika. Ja, ja, mach mal. Aha. Oh, okay. Moment mal, nimm die jetzt die, die ich gesammelt hab. Nee, das macht die gar nicht. Ich muss die doch erst, äh, knacken. Hm. So, warte mal. Ja, ja, die knacken wir jetzt mal alle. Dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwie verbessern können. Okay. Schade, dass man das nicht direkt so machen kann. Okay. Der Effekt ist, glaube ich, immer gleich, kann das sein. Gut. Probieren. Probieren. Wollte ich auch gerade vorschlagen, ja. So, ja, von Zeit zu Zeit. Oh, seht ihr? Ich kann die jetzt gar nicht mehr rufen. Sehr interessant. Sehr interessant. Wow, wir können einmal upgraden. Ähm, okay. Okay. Okay, das noch mit, mit Glaube verbunden. Ja, mach ich jetzt mal. Und Stufe 23 da durch. Gut. Wow. Sehr schön. Das verbessert. Viel mitgenommen. Und jetzt Stufe 23. Ist doch gut. So, jetzt nochmal dahin. Das ist echt toll. So. Zeig mir die Karte. Ja, ich weiß schon, wenn wir mit ihr reden, mit Vorschlag, ja. Ich habe es jetzt auch nur noch gemacht, weil ich gesehen habe, dass es wieder drin steht. Und jetzt ist es wieder weg. Also mal schauen, wann das beim nächsten Mal wieder drin steht. So, wieder weg. So. Gut, das heißt, wir müssen erstmal hier runter. So, warte mal. Hier war ja wieder. Oh, das klingt ja. Warte mal, da kann ich auch rüber und runter. So. Na, vielleicht noch ein Stück weiter drüben. Hier sind überall diese Magietürme. Ist das Abwehrschutz? Hm. Oh, hier ist dieser. Was ist das für ein Ding? Oh, das ist nur so ein Info. So ein Geisterbanner. So, lass mal gucken. Da bin ich gestorben. Muss aber mal hier hin. Ah ja, das meine ich auch. Ah, okay. Oh, Schwerter. Warte, wir müssen hier rüber. Irgendwo hier muss es sein. Oh Gott, ich kann nicht auf die Karte. Oh, was bist denn du? Was ist das? Oh Gott. Dieser hässliche Hund. Ey. Mein Gott, regen mich solche Angriffe auf. Was tot? Holy shit, ey. Oh. Ruhig bei solche Angriffe. Hier muss es doch sein. Ah ja, da ist es. Oh, endlich. So. Gut, gut, gut. Karte gefunden. Altos Plateau. Nice. Okay. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ah, okay. Hier ist dann die nächste. Und hier ist wieder ein Baum. Ja, ich sage, hier gibt es viele Bäume. Das ist wieder zerstört. Was ist denn das hier? Brutal? Alte Fingerleserin. Okay. Okay, zerstört. Wow, dann geht es noch hier hoch. Okay. Das heißt, ich mache den Weg mal hier rum. Übrigens, ich habe heute Morgen verpennt. Ah, na super. Hätte um neun Uhr eine Tagesstelle sein müssen. Und dann kurz vorher aufgewacht. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alles in fünf Minuten erledigt. Oh, hier ist noch eine Saat. Meine. Yes. So, wir müssen jetzt irgendwie... Ja, die Richtung sieht gut aus. Neu. Gold Rover. Oh, was ist denn da? Oh, hier sind da auch welche. Huah. Also manchmal siehst du die echt nicht. Ah, 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 ah. Oh, das geht bei ihnen richtig gut. Aber ich glaube, das sollen auch Menschen sein. Der sieht stark aus. Warte, ich nehme erstmal das mit. Alter Reißzahn. Okay. Ja, der hat schon mehr. Oh. Ja. Kommt der hier rum? Wo ist er denn? Ach, da unten. Okay, das kann er nicht. Kann er nicht rumgehen und die Treppe hochgehen. Haha. Schön. Okay. Nein, nein, lass mal. Oh, Sperrkämpfer. Oh, 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 oh. Na, ich kann eh nicht auf die Karte schauen. Na. Was werfen die für ein Zeug hier? Wow. Okay. Autsch. Warte mal, das war doch irgendwo hier hinten. Ah, geht nicht. Ja, da. Weg, 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 weg. Weg. Ich bin ja hier durch. Ist das hier hinten? Ah, okay. Der eine hat Feuer und der hat Magie. Alles klar. Oh, oh. Wo ist denn die blöde Säule? So ein Dreck. Wir waren ja nicht nur noch auf das Sofa. Okay. Ja, das wünsche ich dir ebenso. Ach, verdammt. Schon wieder drüber, ey. Ja, Planung in dem Spiel ist echt schwer. Na gut, ich reiß jetzt nicht nochmal hin. Jetzt Schluss. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut. Immerhin die anderen Sachen geschafft. Die Disco holt. Die restliche Disco. Seitende. Bla, bla. Und dann sind wir hierher. Das aktiviert beim nächsten Mal. Ich war doch gar nicht so weit weg. Kann ich das von hier wohl gar nicht sehen? Hm. Ja. Das sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann. Wäre ich nochmal schauen, wie wir dort hinkommen. Zu dieser. Zu diesem Pot. Ach ja, hier. Wie wir hier hinkommen. Dieser Drecksweg hier. Irgendwas muss hier noch sein. Und ich gucke mal, ob das mit der Höhle zusammenhängt. Und was wir dafür brauchen, dass wir da gut durchkommen. Bei dem Haus muss irgendwo. Ich hatte irgendeinen dunklen Bereich gesehen bei der Wurzel. Ich denke mal, dass wir da rauskommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob das zutrifft. Aber vielleicht finde ich es beim nächsten Mal aus. Aber dann machen wir den Schritt und dann den. Und dann reden wir mal hier mit dem Pot hier. Dann muss ja hier irgendwas sein. Ich denke mal, es ist eine Questreihe. So wie hier da steht. Hey Mensch, ich grüße dich. Komm zum Abspann. Tor durch. Einfach weiter geradeaus. Da kommst du von unten hin. Keine Höhle. Was hier jetzt? Ich habe heute eine Großzeit des Streams verbracht und bin hier immer irgendwie rumgegangen und komme nicht durch. Es gibt eine Höhle, wo ich aber schnell an Fäule, an Scharlachfäule sterbe. Ich komme keine fünf Meter weit. Und der Weg von hier unten führt nur bis zu dieser Kugel und den Kristallen. Dann kommt eine hohe Mauer und dann ist Schluss. Aber hier? Das muss ich mir beim nächsten Mal ansonsten mal nochmal sagen. Ich bin bis hier hingegangen. Ich konnte hier nicht rüberspringen. Wenn ich hier runterspringe, ist nichts. Keine Wurzel. Hier ist nur dieser Höhlen-Durchgang. Keine Ahnung. Das alles und viel, viel weniger. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Du hast da unten dieses Gebäude stehen und da kommt man hin. Ja, das Gebäude habe ich gesehen, aber da kann ich doch nicht einfach drauf springen. Da unten ist zwar eine Gnade. Wie komme ich denn da hin? Was? Von unten fährt ein Fahrstuhl hoch? Wo ist denn ein Fahrstuhl? Oder ist das Gebäude der Fahrstuhl? Wie jetzt hier. Naja, ich schaue mal, was wir da entdecken können. Da kommst du halt nicht so hin. Ja, das habe ich schon gemerkt. So komme ich da nicht hin. Ja gut, wir schauen mal beim nächsten Mal. Ja, also schon mal so als Info, wenn es morgen zu spät wird. Gibt es morgen keinen Stream. Dann sehen wir uns beim nächsten Tag. Dann wieder. Heute ist ja auch schon ein bisschen später geworden. Dann machen wir dann da weiter. Dass ihr das schon mal gehört habt. Gut, das war es jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser... kürzeren Runde. Und ja... Dann geht es beim nächsten Mal weiter. Wir können uns hier erstmal entspannen. Das werden wir jetzt machen. Dann wünsche ich euch allen eine angenehme Nachtruhe. Kommt gut durch. Danke fürs Dabeisein, fürs Reinspringen, fürs Mitschatten. Ja, Egris, Mitch, vielen Dank. Und ja, seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, wie komme ich hier hin? Vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Und... Ciao.